Okay, dude, guys, honestly, I woke up one minute ago. Yo, Chad, dude, I mean, like, dude, you know? XQC, you're trashed! Bro, bro, hat jemand nochmal den Tyler-One-Clip, wo er so sagt, that's not XQC, nice try. Boah, ich weiß nicht, ob ich den vielleicht selber finde. Ja, hier ist es. Also XQC, XQC war irgendwie so 10 Minuten zu spät fürs Game nach mir und die haben mich halt im Interview 10 Minuten dafür länger gemacht, damit sie den Zeitraum dazwischen stallen können und damit sie den irgendwie füllen können und dann ist der Clip hier entstanden. XQC's on the chest stream? Bro, this isn't XQC! Dude, okay, you're not fooling anybody, guys! Get him off! That's not XQC! I can tell that's not XQC! Nice try, though! Nice try! He's not here! Hold on.